So, ja, Griechen haben es drauf mit dem Essen. Das ganze Auto ist voll mit Güros, Salat, Saziki, Pita-Brot und es ist unglaublich viel. Das ist, also ich glaube, wir haben uns ordentlich verschätzt hier. Schönen guten Tag von Kolping und Hudson. Hier findet ihr jetzt etwas Großartiges, einen Abschluss, was uns in den letzten Wochen viel beschäftigt hat. Und zwar zum einen die Graduation von Elisabeth und zum anderen das Moving Up von Mattis. Jetzt rede ich schon wie so ein Amerikaner von Mattis. Ja, hier feiern wir jetzt ein bisschen mit Freunden, Bekannten, Förderern, Lehrern, wer auch immer kommen mag. Und naja, das bildet dann am Ende auch ein wenig den Abschluss dieses heutigen Vlogs. Als erstes schauen wir mal kurz in die sogenannte Award Ceremonie der High School rein. Es gibt ja hier mit dem Abschlusszeugnisse an der High School, also dem Diplom, gibt es ja keine Einzelnoten. Also man kann nicht wirklich sehen, wie man was in welchem Fach geleistet hat. Aber für besonders herausragende Leistungen gibt es sogenannte Awards. Das sind ja nochmal Einzelurkunden, teilweise auch mit einem Scheck dabei, den man dann für sein Studium verwenden kann. Und es ging halt los in der Woche, in der auch dann die Graduation stattfand, mit einem kleinen Empfang für alle Schüler, die Awards erhalten haben. Und es gibt dann nicht nur Urkunden, sondern am Ende, wenn die sich ihr Diplom abholen, haben die ja so ein Talar an und so eine Mütze. Und sie haben dann auch Kordeln umhängen, verschiedenfarbige Kordeln oder Sashes, also Scherben. Und das zeichnet dann halt auch besondere Leistungen aus. Also irgendwelche Farben oder Muster auf der Kordel oder auf dem Sesh zeigen dann halt, was man so geleistet hat. Und diese Sachen, die gibt es als erstes Mal in der Awards-Zeremonie. Und da schauen wir jetzt mal kurz rein. So the next, there's two more left for science. Next up is the HOSA, healthcare-related award, host of the club here at N-HUD, the Health and Occupations Student Association of America. It's given to future health professionals, award presented to a senior who has given excellence in healthcare-related courses and has shown an interest in a career in a healthcare-related field. This is for Melissa Lerich. And last and certainly not least is the AACD, that's the American Association of Physics Teachers, 2020. And this award goes to a student who has demonstrated academic excellence and outstanding work as a student's heavier percentage. And this award goes to a business player. These five individuals are, and I'd like not to name my sincere apologies, Andre Borek, Allison Lee Bean, Lindsey Miller, Morgan Davis, and Valerie O'Strends. Vielen Dank. Established by Sir High Honor Roll 13 times. The following students have achieved High Honor Roll 13 times. I'll announce the names and if you could please save the applause for them. Rebecca Anderson, Kayla Cohen, Catherine Couch, Amaya Davis, Fiona Doyle, Danielle Cabrez, Rebecca Goldfarb, Logan Gugelman, Dean Hiltzley, Devin Klamek, Peter Kochek, Caitlin Akrupa, Ryan Lee, Elizabeth Lerish, Carly Martin, Marjorie Horkin, Lexi Schaefer, Nathan Schaefer, and Isabella Simonetti. Congratulations. I know you've been a good friend And that's in the thickest end And I know it's never gonna end Cause you've been a good friend And that's in the thickest end And that was I know it's never gonna end Ja, und last but not least, der akademische Höhepunkt eines Highschool-Studenten, die Graduation-Zeremonie. Da gibt es jetzt ein bisschen mehr Filmmaterial, wo die Helden reinlaufen in die Halle, dann singt noch ein Chor und dann werden alle einzeln aufgerufen, um sich da vorne beim Chef das Diplom abzuholen. Ich schneide auch noch ein paar von Lises Freundinnen mit rein, die ich mitgefilmt habe. Und dann geht es am Ende raus aufs Sportfeld, aufs Fußballfeld. Da gruppieren sich dann die Studenten nochmal in verschiedenen Klicken zusammen. Und da werden Fotos gemacht mit der Urkunde und Hüte hochwerfen und das, was man halt so tut. So, wir waren schon fast an der Highschool, aber unser Graduent hat seine Kappe vergessen. Ja, und darum sind wir jetzt schon wieder zu Hause. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, ready for the graduation. Sind wir ready? Ja, wir sind ready. Mathe ist ready. Ja, ich glaube, das heißt ja. Guck mal, da vorne gibt es schon beblaulichtete Parkwächter. Wir haben auch hier das Rote im Fenster, das ist unser Parkausweis. Und da kommt die Rosa. Vielleicht hast du hier aber auch einfach nur... Noch mehr Putzilei. Parking. All right. Thanks, John. Hier ist Lisa. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich habe meine T-Shirts. So, wir sitzen da tatsächlich Reihe 1. Hoffentlich müssen wir nicht auf die Bühne und singen oder sowas. Ich glaube, ich bin so froh, dass die Bühne da ist. Ich denke, dass ich wieder einmal ein paar? Ja, ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, dass wir uns so schön fühlen sind. V constitui ein Schwanes David, also in der Runde zu befinden, in der Runde zu f μποieren. Musik 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 To the flag of the United States of America and to the republic for which it stands one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all Amen. 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 Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free? Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free? Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free? Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free? Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free? Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free? Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free? Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free? Don't you know that there ain't no mountain high enough, ain't no valley wide enough, ain't no river wide enough to keep you from getting to this place. Don't you know that there ain't no mountain high enough, ain't no valley wide enough to keep me from getting to this place. Don't you know that there ain't no mountain high enough, ain't no valley wide enough to keep me from getting to this place. Don't you know that there ain't no mountain high enough, ain't no scientific lie wide enough, ain't no valley wide enough to keep me from getting to this place. Amen. Jenna Susanna DiLoreto Edward Donahue Danielle Pabrennett David Piongan Zimra Hassan Jillian Greg Pence William Ashford Johnson Julie William Ashford Johnson David Aaron Cooper Ali Kushner Elizabeth Mersh Amelia McNeil Margaret Malaspina Alexa Lynn Ostrowski Tiffany White-Cadden Alexandra Madeline Shaper Nathan Aaron Jamie Wilkinson Andrew J. Wong Jefferson Alexander Tickrey Jonathan Huyen 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit Verhandlungsfoto Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So, ein aufregender Graduierungstag geht zu Ende. Nachdem jetzt alle ihre Fotos gemacht haben, geht es jetzt endlich mal nach Hause was essen. Und hier noch für die Mathefreunde, nachdem ihr die Aufgabe mit den zwei Koffern aus Berlin gelöst habt, ein wenig Kombinatorik. 256 Studenten mischen sich in Gruppen von zwei bis fünf Leuten zusammen. Jedes Elternpaar macht ein Foto. Jetzt permutiert das Ganze mal durch und sagt mir mal, wie viele Fotos geschossen wurden. Ja, für diese ist das jetzt Hantik Hudson Buy School. Goodbye School. Ja, und dann ging es auch für Mattes weiter. Und zwar hat er die Middle School abgeschlossen. Da gibt es keine offizielle Graduation, aber man muss natürlich so ein bisschen feiern und dem Ganzen einen offiziellen Charakter verleihen. Die nennen das dann eine Moving Up Zeremonie. Da wird auch jeder nach vorne gerufen. Die Direktorin steht da, schüttelt die Hand und gibt auch eine Urkunde für die Schüler raus. Und da gibt es jetzt hier ein paar Ausschnitte von Mattes Moving Up Zeremonie an der Middle School. So, jetzt geht es zum letzten Mal für dieses Schuljahr zu einer graduationsartigen Zeremonie. Und zwar gibt es heute eine kleine Feierstunde für den Mattes an der Mittelschule. Das nennt sich Moving Up, weil ab nächstem Jahr, dritter Jahr, in Elisabeths Fußstapfen an der High School. Das nennt sich immer noch ein paar Jahre, in Elisabeths Fußstapfen an der Mittelschule, in Elisabeths Fußstapfen an der Mittelschule. Friends, in Elisabeths Fußstapfen an der Mittelschule, in Elisabeths Fußstapfen an der Mittelschule. DannIONAUS Musik Good evening everyone, Ms. Collins, Ms. McGill, members of the Board of Education. Graduation is the time to celebrate all of the hard work and dedication that has brought us this morning. Our class was over, but Vashti sat and moved to her chair. Her paper was empty. Vashti's teacher leaned over the blank paper. Ah, a polar bear in a snowstorm, she said. Madis Lursch. And Demetra Litos. We invite you to join us for a small reception in the memorial garden to your left. So, here by Moving Up ging's not so feierlich as at Highschool. It was all a little bit easier and the students were not so handsome. Let's see how it goes now. I don't know but I don't know but I don't know but I don't know how it goes. I don't know but I'm not so handsome. Okay, guys, come down and go. Take my hand in your papa. Yeah, after. I know. It's a great philosopher. So, da hätten wir auch den Jungen durch die Mittelschule gebracht, zum letzten Mal hier am Blue Mountain. Und jetzt gehen wir eine Pizza essen. Und das bringt uns dann zum informellen Höhepunkt des Ganzen, nämlich der Abschlussparty, die wir heute Abend hier mit, wie gesagt, Freunden, Förderern und Bekannten der Familie beim Kolping abhalten. Wir haben eine Riesenmenge an griechischem Essen da. Viel zu viel, wenn du mich fragst, aber wir waren wahrscheinlich hungrig einkaufen. Ja, und lassen jetzt einfach mal die Party steigen. Da gibt es einfach nur noch ein paar Schnittbilder und ich möchte mich an dieser Stelle schon von euch verabschieden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Adieu. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.